Tja, wem die Stunde schlägt, so hieß mal ein berühmter Film und ist ja schon etliche Jahre her. Aber wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie immer schauen können, ob bei Ihnen die richtige Stunde geschlagen hat. Und das mit einer perfekten Genauigkeit. Denn wir sprechen hier jetzt von unserem Gadget des Tages. Und das ist heute eine Wandfunkuhr der Extraklasse. Und der Carsten hat sich schon in der Hand und ich finde die sehr, sehr übersichtlich, sehr, sehr schön groß. Sie ist, das haben wir gerade kontrolliert, sie tickt nicht. Und Sie kennen das vielleicht von zu Hause, wenn Sie so eine nervige Uhr an der Wand haben, die irgendeine Klack, Klack, Klack macht. Tagsüber hört man das gar nicht. Aber nachts dann könnte man wahnsinnig werden. Das ist wie ein Wassertropfen, immer so aus dem Wasser. Bing, bing. Ganz genau. So, die ist still und die hat noch ganz andere Vorzüge. Genau, die sagt Ihnen nämlich auch in der Nacht oder auch in der Dämmerung, wenn vielleicht nicht ganz so gute Lichtverhältnisse bei Ihnen in der Wohnung vorhanden sind, tatsächlich wie spät es ist. Denn grundsätzlich haben wir hier einen Sensor mit drin, der einstellbar natürlich in der Dämmerung beziehungsweise in der Dunkelheit dafür sorgt, dass diese Uhr automatisch beleuchtet wird. Ich persönlich finde beides fantastisch. Dieses schnörkellose Design, so ein bisschen in Anlehnung an eine Bahnhofsuhr gemacht. Und natürlich auch diese indirekte Beleuchtung für die Dämmerung, für die Abendstunden oder auch für die Nachtstunden. Eine schöne Uhr für die Küche, fürs Badezimmer, fürs Wohnzimmer. Richtig klasse hier und auch schön groß mit gut 30 Zentimeter Durchmesser. Sogar für Schlafzimmer wären die geeignet. Das Licht ist so unaufdringlich, dass es Sie also beim Schlafen nicht hindert, aber Sie trotzdem jederzeit die genaue Uhrzeit abschauen können. Die genaue Uhrzeit, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir sprechen hier von einer Funkuhr. Das heißt, die stellt sich immer automatisch nach der richtigen Zeit ein. Und wir haben dementsprechend auch Sommer- und Winterzeit. Sie müssen also nicht mehr einstellen, einmal gestellt, Batterien rein und dann können Sie sich auf die Uhrzeit verlassen. Das Ganze noch von einem sehr renommierten Markenhersteller. Eine echte St. Leonhard, die wir Ihnen hier gerade in die Kamera halten dürfen, liebe Zuschauer. Und nochmal bitte, mit 30 Zentimetern finde ich die von der Größe absolut perfekt. Die ist nicht so klein, dass man immer noch mal eine Lesebrille braucht, wenn man auch mal aus ein paar Meter Entfernung hier mal die Uhrzeit ablesen möchte. Ist aber auch nicht so riesengroß, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss ja schon fast anbauen, damit die Uhr irgendwo einen Platz an der Wand findet. Und Ralf, du hast vollkommen recht. Wir haben ja beide mit der Nase drüber gehangen. Wir wollten nämlich beide mal wissen, ob sie denn irgendwie tickt, ob sie irgendwelche störenden Geräusche von sich gibt. Da ist gar nichts vorhanden, im Gegenteil. Ich finde sie traumhaft schön. Sie ist schön schnörkelos. Und selbstverständlich können Sie die Beleuchtung auch ausschalten. Wenn Sie das in der Nacht nicht haben möchten, ist das jederzeit möglich. Ein wunderschöner Artikel, an anderer Stelle gut und gerne mal mit 50, 60 Euro. Eine relative kostenintensive Anschaffung. Ich glaube, heute mit unter 30 kann man da wirklich nicht meckern. Ja, 28 Euro und 41 kostet diese wunderschöne Sand-Leonard-Funk-Uhr heute bei uns. Wie gesagt, mit dem Dämmerungsschalter, dass man auch bei Dunkelheit jederzeit sieht, welche Stunde geschlagen hat. Und ich denke, das ist mal ein Gadget des Tages. Das sollte man sich anschaffen. Und dazu bräuchten Sie dann noch die Bestellnummer, die NC 7088 und die 569. Und in wenigen Tagen ist die Uhr dann bei Ihnen. Und überlegen Sie sich schon mal, wo Sie die denn aufhängen wollen. Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer, ganz egal wo. Ich bin mir sicher, sie wird überall ihren Platz finden. Das ist auch ein sehr schöner Geschenkartikel, finde ich. Also gerade, wenn man auch mal spontan eingeladen wird. Ich glaube, bei dem günstigen Preis kann man sich auch mal eine zweite oder eine dritte Mal eben in die Schublade legen. Batterien hast du angesprochen, die kommen hinten rein. Kann man natürlich teuer im Einzelhandel kaufen oder man greift einfach bei uns zu. Wir haben diesen praktischen 20er Sparpack hier für unsere Zuschauer. Richtig. Und Sie sehen, in der Uhr sind vier Doppel-A-Batterien drin. Ja, wenn man mal an die Tankstelle fährt, dann kriegt man so einen Vierer-Pack. So gern mal für 5,95 Euro im Sonderangebot. Aber da Doppel-A-Batterien sehr, sehr häufig im Haushalt gebraucht werden, haben wir Ihnen jetzt noch ein ganz, ganz günstiges Angebot. Ein Sparpack mit 20 Batterien. Und hier sehen Sie es. Also die einfach gleich dazu bestellen zur Uhr. Die könnten Sie dann fünfmal nachfüllen, da die sehr energiesparend ist. Hätten Sie viele Jahre. Die Batterien, übrigens bei uns das 20er-Pack. Das kostet 4,66 Euro. Kann mich wieder zu Tode ärgern. Ich habe vor kurzem für zehn Stück knapp 10 Euro bezahlt. Wenn ich bewusst hätte, dann würde ich die für unter 5 Euro im 20er-Set haben. Das heißt, die doppelte Menge für den halben Preis hätte ich doch lieber bei Pöld.tv zugegriffen. Kann man immer gebrauchen. Auch mal für Kinderspielzeug, Fernbedienungen, digitale Fotoapparate, alles das, was mit Batterie betrieben wird. Da passen in der Regel die Doppel-A rein. Also da ruhig mal für eine kleine Energiereserve sorgen. PX 1569 und die 569, das ist die Bestellnummer. Also, jetzt ruft Sie gleich an, holen Sie sich Ihre Uhr. Und dann ruft Sie gleich an, holen Sie sich Ihre Uhr.